ein herzliches moin moin an alle durchgeknallten da draußen in allem ist es leise am start es ist donnerstag ich hab mal frei und werde heute nach essen fahren zur pokémon nachtwanderung und hab mir gedacht ja du könntest ja mal wieder mit dem blog anfangen beziehungsweise mit dem vlog und ja ich guck raus und denk mir so geiles wetter sehr nice und so auf jeden fall passt das schon und ja ich bin hier bei der mantel und das ist nämlich ein scheiß also wir sehen uns später wir haben 13.32 wir kommen zurück ja also wie man sieht ich bin jetzt auch mal ein bisschen angezogener noch nicht geduscht ich weiß eklig aber ist mega man darf auch mal gammeln wenn man frei hat und ja das wetter hat sich noch nicht gebessert es ist immer noch nass und regnerisch aber das passiert ich bin hier fleißig am schneiden ein bisschen was machen und hast du nicht gesehen und ja nachher geht es dann los ne würde ich mal sagen haut da rein bis später see ya was geht meine nubischen freunde der sonne und so alles gut bei euch ja also ich bin dann auch mal geduscht und wir haben jetzt 19.13 Uhr es geht gleich los mit zwei kollegen von mir die werdet ihr auch noch kennenlernen und ja kleine randinformationen der mr schleiser hat sich vertan die nachtwanderung für die ganze menschen und so ist am 28 bis 29 august ja aber wir machen es heute trotzdem weil wir es können also bis scherpetta haut da rein hu sie ja servus leute gehen so wir sind jetzt hier unterwegs da ist so ein benni und ja wir sind jetzt hier an hüssler essbahnhof wir fahren jetzt nach essen wie schon angekündigt und ja servus was lachen hier alter wir kamen hier gerade in der s6 ich möchte um essen ja setz dich mit weiter ist kein problem ich mach mich trotzdem du Spinner ja ja er ist auch dabei ja mal gucken was nächstes raus geht ich werde mich später nochmal melden und der kommt immer noch nicht auf sein Leben klar das muss man aufnehmen das ist göttlich wenn ich was los wenn ich was los wenn ich wenn ich wenn ich möchte mal was sagen er hat was ganz dringendes zu erzählen oh 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 bin jetzt was zu sagen bin jetzt was zu sagen ich hab gar nix sag was sag was sag es sag es sag es da sind wir schon wieder wir sind jetzt hier an seiner schule von dem da wir machen ein video wir sind an der schule von benni wo er meint dass immer voll viel los ist und so ich mach ne arena ich kann keine zeit ach so du hast keine zeit ok alles klar der macht grad ne arena und ja hier ist eigentlich nur scheiße nur scheiße hier gibt es viele pokestops ja ok die pokestops ok da muss man sagen aber die pokémon sind für den arsch wie gesagt ich werde nachher auf jeden fall mal eine runde pokémon go alles für den arsch ich werde auf jeden fall mal eine runde pokémon go aufnehmen also bis später sia und so servus wir sitzen grad hier an einer nein 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 das ist ja ok wir sitzen hier grad in Essen an einer Straßenbahnhaltestelle und fahren jetzt ja Benny möchte wieder was sagen ich will nicht sagen wir fahren jetzt zurück ich will nicht sagen 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 und weil wir Hunger haben bzw. der da hat gerade Hunger fahren wir zu einem Dünnerladen da bin ich schon wieder also wir waren jetzt in Essen süd da waren die pokémon naja ziemlich minderwertig und was geht und wir haben einen ziemlich lustigen Typen gesehen ich hätte den eigentlich aufnehmen so nicht Idiot aber habe ich vergeistern aber ich war zusammen mit Lachen beschäftigt ihr seid alles minderwertige Elemente nur damit ihr bescheid wisst Gott hör auf ja und jetzt tingeln wir nochmal ein bisschen durch die Gegend gehen wir zum Bahnhof oder? ja ja wir gehen jetzt zum Bahnhof und fahren wieder in die City in der Heiligenhaus bis später mal so servus Leute letzter Vlog für heute wenn ich mal Licht habe und man mich sieht ja so halbwegs jetzt ist jetzt wieder in Hösel Essen Süd hat sich jetzt nicht so unbedingt gelohnt äh was war ein Chili wow das Uhrmord das hatte ich schon und der Döner war gut ja stimmt der Döner ist gut kann ich es nur empfehlen und ähm Prost Mahlzeit ja wir fahren jetzt halt wieder nach Hause und äh der das mit seinem Handy beschäftigt wie immer der sucht die scheiß Energy Junkie das geht nicht dann drück du mal auf den Knopf du Vollpfosten das mach ich schon die ganze Zeit aber das sieht ja auch viel aus ja das das ist nicht die ganze Zeit an ja aber sein Handy lädt wieder nicht oh ja dann guck mal in die Vordertasche ey das hast du doch noch aufgenommen oder nicht was Hallo ja hallo hallo das sind noch zwei andere Kabel ja auf jeden Fall äh letzter Vlog für heute ähm wir äh sehen uns und so und äh euch noch einen schönen Abend haut da rein Hussia